Oh, meine Eier! Verdammt, das tut so weh! Sie hat mir genau in die Köthen getroffen! Nimm die Pipebomb mit! Nimm die Pipebomb! Ah, danke für die Penis-Eierprothese! Ich gehöre auf der AK! Alter! Hunter! Ziert, ziert, ziert! Außerdem, Hanni will mich da mit der AK-DUX, das ist saupräzise! Lade nach! Ich lade nach! Hey, ich kann hin! Sogen! Sogen! Ich sage nur Sogen! Mein Ernst, das war eigentlich passiert mit der Witch eh vorhin! Was denn? Ich meine, hallo? Die hat plötzlich einfach so ausgerastet? Was hat Rochelle nur angetan? Die hatte ihre Tage! Rochelle? Nein, die Witch! Medipack! Oh ja, kann ich brauchen! Moment, äh, haben wir noch einen zweiten Kanister? Hier irgendwo rumliegen? Halt still! Danke sehr! Haben wir noch irgendwie einen Molotow, oder? Ja, Molotow habe ich! Gut! Da, wo die zweitgrößte Menge herkommt, äh, dann, na ja, ne? Warte! Okay, damit wir jetzt kommen! Lade nach! No! Der Hunter macht erstmal einen Abgang! Natürlich, genau da, oder? Ah, ne! Egal! Okay, funktioniert trotzdem! Geil! Lade nach! Yay! Sie bringen alle die Brände tot! Ja? Ein Leuchtfeuer für die kommende Generation! Oder ein brennendes Vorbild! Hey, Halt! Halt! Los! Schnell! Durch, 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 durch! Move, 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 move! Erst dann den Weg freimachen! Das glaube ich nicht tue ich und so, ne? Hunter! Lade nach! Leute, Hunter! Danke! Splitter da hinten! Die ist mir schon aufgefallen! Pipebomb! Lade! Lade! Äh... Chris? Ja? Ja! Okay! Wollte schon sagen, nicht euch reinrennen und so! Ich hab's schon mitbekommen, danke! Weiter Pipebomb! Halt! Ich treffe ihn dann in die Gänz nicht an! So ist es nicht nur, äääh... Wann auch... ...Kai! Leg am Boden, Leg am Boden, Leg am Boden, Leg am Boden! Ich auch! Ah, kein Halt! Eintreffen! Gut! Jetzt schnell durch! Das ist der Schutzraum! Wir sind jedes Mal vom Schutzraum gestorben! Alter! Los, rein da! Rein da! Ich versuche es, um wie das geht! Alter, wir haben es überlebt! Alter, ernsthaft! Wir sind jedes Mal vom fucking Schutzraum gestorben! Moment! Wie war das noch so schön von dir, Cyber? Ich hoffe mal, vor dem Szenario mit der Halle ist noch ein Schutzraum! Ja! Und wir sind jedes Mal vor diesem scheiß Schutzraum gestorben! Ein bisschen ironisch, nicht wahr? Ein bisschen?! Wobei, die Zornmengi ist aber auch massiv! Warte kurz, wer von uns noch MediPack? Erstmal heilen! Ich behalte hier mal vorsichtshalber den Devi! Müsst ihr mich halt heilen, wenn... So! Ähm... Bevor es losgeht... Warte! Ähm... Rock'n'Roll und Zombieskills erinnert mich irgendwie ein bisschen an... Äh... Na... Äh... Wie heißt du da? Alan Wake! Jep! Das ist auch ein Titel eines seiner... Ich seh Schatten durch die... Äh... Ja, ich seh auch den Schatten hier! Ja, ich seh die Schatten auch! Lade! Schnapp mir die... Schnapp mir die... Schnapp mir die... WTF?! Ey, gib mir was zu trinken! 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 Ich... Lalalala... Oh, Spitter! Jetzt fehlt nur noch, dass... Jetzt fehlt wirklich nur noch, dass sie dann sowas spielen wie Children of the Elder God und so... Und dann ist es... Und dann haben wir Elwake! Children of the Elder God... Das ist genug! Alter, ich wusste... Komodo! Oh, Moment! Das ist die Darm Toilette! Okay, dann lasst du da bleiben! Hehehehehehe... Oder? Du doch nicht! Ist das die Darm Toilette? Oder ist das Darm und Darm? Darm und Darm! Waren wir nicht gleich... Waren wir nicht gleich... Waren wir nicht gleich... Ey, Gleichberechtigung! Unisex Toiletten! Sei trotzdem, bist du wahnsinnig schnell! Lade! L-Bühne! Ich mag diese Fresse nicht! Lade! Oh, oh! Okay, jetzt sind so ein paar mehr Zombies! Vorsicht! Ich würde sagen, erstmal schreit ein bisschen der Räum! Falls es geht, versteht sich, ne? Char-char! Okay, hier ist Muni, das ist schon mal gut! Char-char tot! Char-char tot! Muni... Okay, hier oben ist es zwar ruhig! Oh, da oben sehe ich was! Da oben sehe ich was! Lade nach! Äh, Defi ist hier oben! Noch ein Falter! Noch ein Defi! Okay! Okay! Jetzt aber, die sind noch vier Medipacks! Hier! Die wird tot noch einmal! Ne! Medipacks! Und ein Defi! Bei mit dem Bühnenscheiter! Und da vorne ist ein... Ist ein Haufen Munition! Jo! Wo? Unten auf der Bühne! Und auf der Bühne! Und auf der Bühne! Wo stellen wir... Wir ziehen uns eigentlich am besten! Ich würde mal sagen, auf der Bühne! Ich könnte kurz nach, ob sie irgendwie... Was gibt es, außer die... Erkraft mich! Moment, sehe ich das gerade richtig? Hier sind noch zwei Defis! Wir haben insgesamt drei Defis aktuell! Super! Das heißt, wir haben drei... Hier unten sind... Oh, hier sind Feuerwerker! Feuerwerks! So ist's besser! Oh, jede Menge Pipebombs! Jede Menge Pipebombs! Jede Menge Pipebombs! Ja! Soll ich sonst Lichter machen? Ich höre kurz nach, von wo werden sie kommen? Aber ich würde mal sagen, hier ist eigentlich die bessere Position fast schon! Wirklich? Wir können uns hier mit drei Leuten eigentlich ziemlich gut verteidigen! Einer links nach rechts! Ausdurchmöglichkeit vorhanden! Runterspringen! Die Bühnen-Position... Wisst ihr was? Yono! Kann ich? Sniper Rifle! Nee! Hintel Rifle, okay! Geht aber trotzdem! Yo, kannst! Für mich Yono! Hey da oben! Yo, yo! Yeah! Kommt da noch ein bisschen Musik dazu? Jetzt bin ich noch Barry Wheeler und... Ich geh runter und mach das Signal an! Gott, steck ihm die Rückendeckung aus allen Seiten! Aus allen Seiten! Auch wenn's schmerzt! Aufwind! Äh, asynchron! Was macht Rochelle da unten? Was macht Rochelle da unten? Außer sterben wollen! Strip these! Ey, ernsthaft! Die Position ist eigentlich ziemlich optimal! Ah ja! Ich bin hier noch halbwegs sicher vor Tanks! Was? Ich bin hier oben sogar noch halbwegs sicher vor Tanks! Was? Ich bin hier oben sogar noch halbwegs sicher vor Tanks! Wenn ja! Juhu! Ist aber auch ein wundervoller Tag nicht zu sterben! Oh ja! So! Gut! Äh... Also irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht bis jetzt von der Show! Ja! Also bis jetzt war, äh... Oh, da ist ein Tank! Das ist schlecht! Bis jetzt war bei Alan Wake das Konzert besser! Ich sag ja! Deckung ist extrem nützlich! Yodo! Anni! Er kommt hoch! WTF? Hey, weiter! Schießen! Ich hole mal Muni! Kannst du jetzt mal stillhalten? Ich muss dich... Danke Rochelle! So ist es für dich aber! Danke! Okay! Ich bin noch ein bisschen Boomer-Kotze! In der nächsten Fälle kann ich ein bisschen... abbremsen! Manche lagen noch irgendwo... Ehrlich! Ich bin echt enttäuscht! Von der Show! Ja! Ja! Also für eine absolut supergeile Hobo-Was-Was-Was-Show! Äh... Ja! Ja! Dafür noch etwas! Die man sogar auf den Mond sehen kann! Genau! Was? Die kann sogar... Die kann sogar Nightmare Moon sehen! Ja! Die kann sogar Nightmare Moon sehen! Ja! Die kann sogar Nightmare Moon sehen! Ernsthaft! Was? Nicht nichts! Das Ernsthaft bezog sich auf den Vergleich! Was denn?! Alter! Was denn?! Wenn man das vom Mond sehen kann, dann kann Nightmare Moon es sehen! Das war gerade nicht darauf gezogen, Honey! Achso! Äh... Oh! Große Fläche! Ja! Also jetzt ist es echt noch armselig! Okay, jetzt ist ein Messer! Ja! Ich muss mich heilen! Honey, hast du eben gerade gesagt, leck mich mal! Ich muss mich heilen! Ich glaube ja! Leute! Krass! War's das schon? Ich hab mir die Gitarre! Ich nehm mir auch eine! Gitarre! Hoop vroom vroom vroom!! Hoop vroom vroom vroom!! Vorsicht! Vorher Bomber! Im Weg zum trobel! Achtung! Helikos! Wely go Рr.. Hopp hopp!! Ähm... Loivil? Is gleich tot! Na warte, ihr muss auch ne Chance gegeben werden. Ja, da ist ein Tank. Okay, fliegt wohl. Arnie? Bin da. Woohoo. Er rumgeschickt. Midnight Rider. Midnight Rider. Ganz ehrlich, ich bin immer noch enttäuscht. Also, du wirst das, was das Feuerwerk am Ende war als etwas... Die Überlebenden konnten fliehen. Ja. Und ich find das grad irgendwie witzig. Wir fliegen weg, los und was sagt Rochelle? Los, ab in den Hubschrauber. Gesamtspielzeit der Kampagne 1 Stunde 47 Minuten. Drei Neustart. Ja. Und das war noch der normale Spielrechtsgrad. Ja, das war einfach... Zu viel, was da einfach von dem einen Schutzraum kam. Ja. Mhm. Mhm. Hey, 19 Rohrbomben. Oh, das ist off. Mhm. Wer hätte mit Galle? Getöte ist bitter. Da waren von mir zwei okay. Gewöhnliche Infizierte 667. Und bei wenigsten Schadenanlitten hat der Cyber. Hey, ich hab nicht den meisten Schadenanlitten, obwohl ich immer vorne war. Ja. Ich hab mich umsonst nach hinten platziert. Immer. Ich bin nicht Jodo gewesen. So Jodo. Ich bin Jodo. Okay. Kopfschüsse, Prozentsatz aller Treffer, 13%. Ich bin ja präzise von uns allen gewesen. Yay. 423 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Mhm. Oh. Und dies, meine lieben Freunde, war die vierte Kampagne, ne? Kann ich aber eben kurz nachschauen. So Kampagne, Spieleinstellung ändern. Die dritte war es, glaube ich, erst, oder? Das war die dritte Kampagne. Die vierte ist Swarm Fieber. Swarm Fieber. Oh Gott. Weißt du, das war die dritte. Hm? Nee. Ui, 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 ui. Und ich würde sagen, an der Stille beenden wir auch den Part für heute. Jo. Tschö. Die Session. Tschö. Ciao. Genau.